Global Upscale ist kein Weiterbildungsanbieter. Wir sind Drehscheibe, Plattformen für Weiterbildungsanbieter und Organisationen, die Weiterbildung in ihren Unternehmen durchführen wollen. Wir koordinieren Angebot mit Lösungen. Wir versuchen Probleme durch wissenschaftliche Untermauerung aufzuheben. Das eine ist die Frage, die wir uns stellen, was lernen wir in Zukunft? Also da kommen wir dann auf diesen Container der Inhalte. Aber immer von der Trend-Technologie-Perspektive ausgehend, weil ja natürlich jede Technologie, jeder Trend einen inhaltlichen Impact haben kann. An der anderen Seite kommt aber auch die Frage nach dem Wien-Spiel, also wie lernen wir? Also wenn wir bei dem Beispiel KI bleiben, können sich ja auch neue Lernformate ergeben. Herzlich willkommen zu Arbeit, Bildung, Zukunft, dem Podcast von Dr. Lukas Kagebauer, in dem Wissen aus der Wissenschaft anwendungsnah für Unternehmen und Interessierte dargestellt wird. Arbeit, Bildung, Zukunft meets Fraunhofer IAO bzw. Global Upskill, das Programm von Fraunhofer IAO. Und ihr hört praktisch rein in die erste Folge, die Intro-Folge der kleinen Kooperationsserie zwischen mir, meinem Podcast, Arbeit, Bildung, Zukunft und dem Fraunhofer IAO. Und es geht eben um Global Upskill. Das Programm und die Kooperation passt aus meiner Sicht perfekt zusammen, weil es geht hier um den Fokus Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft. Anwendungsnahe Beispiele zeigen, gerade hier im Kontext der beruflichen Weiterbildung. Und das wissen wir alle, die berufliche Weiterbildung, Qualifizierung ist ein elementarer Erfolgsfaktor, um vielfältige Herausforderungen in Zukunft meistern zu können, also aus Blick der Unternehmen. Und gerade vor dem fortschreitenden Fachkräftemangel, dem man entgegenwirken muss, müssen sich Unternehmen überlegen, wie qualifizieren sie ihre Belegschaft gezielt, um eben den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Denn Megatrends wie die Digitalisierung oder die Nachhaltigkeit spielen da natürlich eine maßgebliche Rolle, aber auch eben die Frage der zukünftigen Kompetenzen und des lebenslangen Lernens. Und darüber hinaus natürlich auch die Frage, welche Rolle spielen Technologien, sowohl was die Formate angeht, als auch die Inhalte. Und eben in dieser ersten Folge spreche ich mit Tim Weichter und Manuel Kaiser. Beide leiten die anwendungsorientierte Forschungsinitiative Global Upskill und erklären eben uns ganz kurz, welche Bausteine das Programm enthält, welche Toolboxen und Infos man direkt auf der Webseite abrufen kann. Und im Anschluss an diese Folge in den nächsten Wochen werdet ihr dann noch eine Stufe tiefer weitere Inhalte im Detail hören. Da habe ich dann Experten zu Gast vom Fraunhofer IAO Global Upskill Programm, wo wir dann über innovationsfördernde Lernkultur sprechen, Technologien und Trends in der Weiterbildung, aber auch das Thema Entrepreneurship Education. Also jetzt seid erstmal gespannt und ab in den Podcast. Jetzt geht's los. Manuel, Tim, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für den Podcast. Die Podcast-Folge soll dazu dienen, unsere Kooperationsfolge zwischen meinem Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft und dem Fraunhofer IAO und den Themen hier kurz einordnen zu können, einen gewissen Kontext zu geben. Wir wollen vor allem sprechen über das Global Upskill Programm und ich würde einfach mal vorschlagen, bevor wir da in die Themen reingehen in Medias Res, dass ihr vielleicht mal zwei, drei Sätze zu euch sagt, ganz kurz, wer ihr seid, was ihr hier macht und dann lasst uns mal Einblicke nehmen in Global Upskill. Ja, danke Lukas, dass wir bei dir dabei sein dürfen. Ich bin der Manuel, ich habe vom Background her BWL studiert, sowohl im Bachelor als auch Master, also war einmal in Nürtingen-Geislingen und dann in München und habe in Hohenheim Promotionsverfahren abgeschlossen, da dann Richtung Entrepreneurship und bin jetzt seit gut sechs Jahren beim Fraunhofer IAO und da jetzt seit so zweieinhalb, drei Jahren im Bereich oder im Projekt Global Upskill, wo wir uns mit dem Thema Lernen und berufliche Weiterbildung beschäftigen. Und ich bin der Tim, also vielen Dank, dass wir mit dir einen Podcast machen dürfen. Mein Hintergrund ist, ich habe Bachelor und Master in Philosophie, bin ich seit auch seit über fünf Jahren beim Fraunhofer IAO und beschäftige mich mit dem Manuel zusammen seit knapp drei Jahren mit dem Thema der beruflichen Weiterbildung und bin in der Projektleitung von Global Upskill. Ich sage erstmal vorne da weg, danke. Und mir geht vor allem auch das Herz auf, ich habe natürlich auch eine Hohenheimer Historie, das wisst ihr auch, dass ich immer, wenn ich hier in der Nähe sein kann, in der Ecke, freue ich mich. Und vor allem, wenn es dann auch noch so spannende Schnittstellen gibt, bei dem Thema Global Upskill, glaube ich, gibt es diese Schnittstellen enorm. Ich glaube, ich kann so eine Schnittstelle abbilden zwischen eben den Unternehmen, der Wirtschaft und der Wissenschaft und das macht ihr im Grunde auch und deshalb passen wir da, glaube ich, so perfekt zusammen. Und als ich mitbekommen habe, dass ihr da eng an solchen Themen arbeitet, auch in Arbeitsgruppen, in weiteren Formaten, freue ich mich zum einen, dass wir das nutzen können, über den Podcast das noch transparenter zu machen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich mich im Nachgang noch mehr einbringen darf, tue ich das total gerne, weil ich glaube, das ist ein zentrales Thema für die Zukunft unseres Landes sozusagen, der Wirtschaft, des Wohlstands. Denn wir sind in einer Zeit, die wirklich enorm schnelllebig ist. Wir stehen in großen Veränderungsprozessen. Der eine oder andere mag das vielleicht noch gar nicht so wirklich realisieren und sehen und sagen, naja, guck mal, wenn ich vor zehn Jahren auf die Straße gegangen bin, hat es irgendwie noch so ähnlich ausgesehen und was ist denn eigentlich jetzt passiert? Ich glaube, es ist schon massiv viel passiert in der Zwischenzeit und wenn wir uns die Technologien angucken, die jetzt aktuell unsere Zeit prägen und die vor allem die nächsten Dekaden prägen, ich glaube, dann sind wir, und das ist meine These gerade aktuell, gerade an dem Hockeystick unten in dem Knick, wo es jetzt dann wirklich nach oben geht. Und wenn wir wirklich so eine Veränderung im Arbeitsleben haben, in den Industrien, in allen möglichen Ecken unserer Gesellschaft, dann wird das dazu führen, dass Bildung und Weiterqualifizierung und Upskilling, glaube ich, die enormen Schlüssel sind. Und sowohl für wirtschaftlichen Wohlstand, aber auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil ich denke, Qualifizierung aller Schichten enorm wichtig sein wird, um die Leute auch produktiv in den Prozessen zu halten. Aber ich möchte gar nicht zu viel erzählen. Ich würde einfach mal euch gerne da nochmal eure Einschätzungen geben lassen. Warum ist gerade auch das, also was steckt hinter dem Programm und warum schätzt ihr das auch als so wichtig und wertvoll ein? Und vielleicht, Manuel, streckst du ein und Tim, du ergänzt gerne wieder. Machen wir gerne so. Also du hast ja schon gut beschrieben, dass es eine Vielzahl von Veränderungen gibt, die auf Organisationen einprasseln. Und in Organisationen arbeiten ja auch Menschen. Das heißt, du hast immer so ein Zusammenspielauswirkungen einerseits auf Organisation, aber andererseits natürlich auch auf die Mitarbeitenden. Und aktuell ist es vor allem so, dass wir zwei große Prozesse sehen. Das eine ist digitale Transformation. Auf der anderen Seite dann auch das Thema Nachhaltigkeit. Geht teilweise einzeln, geht aber teilweise auch Hand in Hand, was dann eher so eine doppelte oder Twin Transformation wieder genannt wird. Also du hast hier zwei große Veränderungstreiber. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal aus unserem Standort sprechen, Stuttgart, da ist natürlich auch das Thema Automobilindustrie ein großer Veränderungstreiber, wo man das auch live dann erlebt oder hautnah miterlebt. Und wenn jetzt mal eine neue Technologie kommt oder eine Technologie, die einfach dann auf den Markt eintritt wie Elektromobilität und dann bestehende alte Technologien, die lange dann auch funktioniert haben wie Verbrennungsmotoren, einfach aus dem Markt rausgehen und sich da eine Veränderung auf die Organisation zukommt, heißt das ja dann auch, wir brauchen andere Kompetenzen, andere Skills in den Organisationen. Und das muss man in irgendeiner Form auch adressieren dann auf wissenschaftlicher Seite, also auch im Hintergrund. Und da setzen wir dann auch mit Global Upskill an, dass wir genau diese Veränderungstreiber auf der einen Seite uns anschauen. Also was kommt da auf die Organisation zu, aber dann halt auch weiterschauen, gerade wie ich es gesagt habe, so in dem Bereich Kompetenzen. Und wenn man aus der Lernperspektive das anschaut, ist es ja nicht nur eine inhaltliche Sicht, sondern auch immer eine Formatssicht, die ja auch mit reinspielt. Also auch die Art und Weise, wie dann Wissen in den Lernformaten übertragen wird. Also das ist dann auch so ein Dreiklang, der sich einfach aus Veränderungstreibern ergeben wird. Und auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, also des demografischen Wandels, die Babyboomer-Generation geht in die Rente. Es gibt nicht mehr genug Generationen, die nachkommen. Da wird das Thema der beruflichen Weiterbildung auch immer relevanter, weil man einfach nicht mehr unendlich viele neue vom Markt rekrutieren kann, sondern auch wirklich schauen muss, welche Kompetenzen habe ich bereits in der Belegschaft und wie kann ich die fördern, damit sie die neuen Kompetenzen eben auch so gut ausfüllen können. Also das ist völlig recht, es geht ja nicht vor allem nur darum, irgendwie neue Leute zu finden, sondern insbesondere die Belegschaft, die man hat, eben zu qualifizieren, zu binden und dahingehend zu entwickeln, dass sie in Zukunft den produktiven Beitrag fürs Unternehmen, für die Organisation auch leisten können. Und das ist ganz, ganz enorm wichtig. Ihr habt das jetzt schon mal anklingen lassen. Natürlich geht es erstmal darum, zu identifizieren, welche Trends sind denn das überhaupt auf großer Ebene? Welche Auswirkungen haben diese Trends dann auf die Organisation, auf Bildungsanbieter, auf die Einzelperson selbst? Und natürlich die Frage dann auch der Kompetenzen, welche Kompetenzen werden in der Zukunft gefragt? Oder sind die Kompetenzen, die in Zukunft immer wichtiger werden, vor dem Hintergrund der Trends, die wir erleben? Wollen wir an der Stelle vielleicht mal einsteigen, dass wir vielleicht mal überlegen nochmal, oder dass ihr nochmal darstellt, dieses Global Upskill Programm, zielt der genauso auf diese Themen ab? Welche Container sind denn sozusagen in diesem Global Upskill Programm aufgebaut, die dann wiederum direkt Zugang ermöglichen sollen für den Wissenstransfer in die Wirtschaft? Vielleicht können wir mal über die großen Blöcke anfangen und dann reingehen in die Einzelthemen. Also du hast ja gerade auch schon beschrieben und das nochmal zusammengefasst, wo wir hingehen und was wir tun. Und wir haben für uns das mal mit zwei Kernfragen so runtergebrochen. Das eine ist die Frage, die wir uns stellen, was lernen wir in Zukunft? Also da kommen wir dann auf diesen Container der Inhalte. Und immer, aber immer von der Trendtechnologieperspektive ausgehend, weil ja natürlich jede Technologie, jeder Trend einen inhaltlichen Impact haben kann. Also beispielsweise künstliche Intelligenz kann zu neuen Lerninhalten führen auf der inhaltlichen Seite. Auf der anderen Seite kommt aber auch die Frage nach dem Wien-Spiel, also wie lernen wir? Also wenn wir bei dem Beispiel KI bleiben, können sich ja auch neue Lernformate ergeben. Das sieht man jetzt ja gut, jetzt haben wir Anfang 2024, vor nicht mal eineinhalb Jahren kam JetGPT so in die breite Öffentlichkeit. Das hat ja einen wahnsinnigen Impact auch gehabt, wie sich auf einmal viele in der Lehre auch gefragt haben, ja was heißt das jetzt für uns im Vermitteln von Inhalten? Wie setzen wir das ein? Was für Gefahren gibt es da auch? Und das ist immer so dieses Zusammenspiel, wo sie dann auch die Container draus speisen. Also einmal das Was und einmal das Wie. Genau. Im zweiten Container versuchen wir ja immer das Thema der Future Skills zu adressieren. Das Thema der Future Skills ist ein komplexes Thema. Bisherige Kompetenzbedarfsermittlungen ging letztendlich immer so vor, dass man Jobprofile und Stellenausschreibungen gescannt hat. Das hat die folgende Problematik, dass man da immer nur gegenwärtige oder vergangene Auskünfte bekommt, weil nun mal so Stellenausschreibungen funktionieren. Die Fragestellung der Future Skills ist nun, wie verändert sich ein bestimmtes Jobprofil in zwei, drei Jahren? Also wie könnte das gleiche Jobprofil, von dem wir jetzt wissen, wie es Januar 2024 aussieht, wie könnte das im Dezember 2027 aussehen? Und dafür eine wissenschaftliche Methodik zu finden, ist sozusagen in unserem zweiten Container angesiedelt. Und es geht ja praktisch auch darum, diese ganzen Themen wissenschaftlich aufzuarbeiten, wissenschaftlich durchleuchten und dann über Formate in die Wirtschaft, in die Praxis zu bringen, an den entsprechenden Stellen, die wir bereits hier mal angesprochen haben. Lass uns doch nochmal ganz kurz auch sprechen darüber, wie ihr diesen Wissenstransfer, und Wissenstransfer ist ja auch eigentlich mein zentrales Anliegen, allein für den Podcast hier schon mal, welche Formate da auch existieren, wo Unternehmen tatsächlich auch partizipieren können von den Inhalten, die ihr jetzt erarbeitet über das Programm. Also wir haben da drei Bilder für uns entwickelt, also vom Leuchtturm über Schaufenster bis hin zur Plattform, wo wir die Sachen dann auch entsprechend zuordnen können. Also als Leuchtturm gibt Global Upskill auch Impulse und zeigt so ein bisschen die Richtung auf oder kann die Richtung aufzeigen, wo geht die Reise hin im Bereich berufliches Lernen. Und in dem Fall haben wir in Global Upskill einfach verschiedene Teilprojekte, wo sich dann unterschiedlichen Themen widmen werden. Also du wirst ja auch noch in der Podcast-Reihe zum Beispiel über das Thema Trends sprechen. Da haben wir dann zum Beispiel Tools entwickelt, also zum Beispiel so ein Trend-Dashboard, das einfach mal zeigt, wie kommen eigentlich Trends auf die Unternehmen zu, was heißt es. Aber auch, so wie es der Tim gerade gesagt hat, im Bereich Future Skills, dass wir mal so ein Future Skills-Radar aufgebaut haben, um mal zu zeigen, was sind denn solche Cluster im Bereich Lernen, also solche technologischen Lösungen entwickeln, um einfach in der Praxis, wie du es auch sagst, Organisationen, also Unternehmen in dem Sinne, aber halt auch Weiterbildungsanbietern zu zeigen, was gibt es aktuell, wo können es für uns Einflüsse haben. Und das führt dann auch auf der anderen Seite in den Bereich Schaufenster, weil wir natürlich das nicht nur für uns entwickeln und dann selber nutzen, sondern auch als interaktive Tools und Impulse den Nutzenden, also wirklich den Interessierten in der Weiterbildung zur Verfügung stellen. Und wenn man in den Plattformcharakter schaut, dann ist es so, wir machen das nicht alleine, sondern wir holen uns natürlich auch frühzeitig Feedback und Meinungen ein von der Praxis, also um einfach zu schauen, trifft es in der aktuellen Version schon wirklich diese Probleme oder muss man vielleicht irgendwo nachschärfen, also um einfach das nicht alleine zu entwickeln, sondern gemeinsam mit der Praxis. Und weil ihr entwickelt auch Tools sozusagen, also das Ganze ist nicht nur so, dass da Veranstaltungen existieren oder irgendwelche Studien erstellt werden, sondern auch wirklich praktische Tools, die im täglichen Doing sozusagen von Organisationen auch aufgegriffen werden können und zumindest getestet werden können. Was sind das für Tools, die es da so gibt? Also eins hat Manuel gerade schon beschrieben, unseren Trend-Dashboard oder aber auch unseren Future-Skills-Radar. Wir haben auf globalupskill.de sind unsere Tools für jedermann frei abrufbar und wir haben versucht, durch unsere Teilprojekte jeweils Tools zu entwickeln, die die Praxis per Schaufenster zeigen sollen, was für Möglichkeiten gibt es bereits. Wir haben zum Beispiel auch eine Global Upskill Toolbox, wo wir alle Lernformate, die es auf dieser Welt gibt, katalogisiert haben und man kann sich dann per Persona einwählen, also auswählen, welcher Lernender man am besten entspricht, kann durch so eine Filteroption diverse Eigenschaften an- und ausklicken, wie lange soll das Lernformat gehen, was sind die Inhalte, was ein didaktisches Konzept verfolge ich und am Ende spuckt die Toolbox das perfekte Lernformat aus, was für diesen Workshop oder die Lernreise passen könnte. Wir haben jetzt ja mal so ein paar Sachen schon gestriffen. Manuel, du hast ja schon gesagt, KI ist ein ganz großes Thema. Tim, du hast die Future Skills angesprochen. Wenn wir jetzt mal bei den Skills auch tatsächlich nochmal bleiben und wir vielleicht mal so ein paar Einblicke anteasern wollen, oftmals sagt man ja, insbesondere die Fähigkeit, Probleme zu lösen, wird ein ganz großes Thema sein. IT-Skills logischerweise, wenn ich mit KI arbeiten werde. Aber was sind denn so die Future Skills, die man also auch aus den Studien ableiten und ersehen kann? Weil ich glaube persönlich, ohne jetzt irgendwas zu wissen, dass auch die Basic Skills, also wirklich Lesen, Schreiben, Rechnen, Logik, dass die immer noch eine hohe Bedeutung haben werden in der Zukunft. Menschliche Skills, also gerade wenn Technologie uns viel abnimmt, dass ich dann eben gerade in Teams gut zusammenarbeite mit der Technologie. Aber lasst uns doch mal vielleicht so ein paar Einblicke gewinnen, was die Studien da gerade so hergeben schon. Gerne. Also natürlich bei Future Skills gibt es auch viel branchenspezifisches Wissen, viel fachspezifisches Wissen. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, weil das ist nun mal von Domäne zu Domäne unterschiedlich. Was aber schon auffällt, ist, dass es natürlich viele auch, früher haben wir dazu Soft Skills gesagt, ich finde den Begriff mittlerweile etwas fehlleitend, weil so soft sind die Skills teilweise gar nicht. Aber es sind mehr diese intermenschlichen, persönlichen Kompetenzen. Kompetenzen. Wir haben schon mitgekriegt, es ist eine sehr chaotische, eine sehr überwältigende Zeit durch viele verschiedene Herausforderungen. Das erfordert natürlich auch von den Lernenden, dass sie eine gewisse Flexibilität, eine gewisse Agilität an dem Tag leben und eben auch sich auf das lebenslange Lernen einstellen. Sprich, die intermenschlichen, zwischenmenschlichen Kompetenzen nehmen auf jeden Fall stark zu, um eben auch diese Herausforderung bestehen zu können. Und jetzt die Organisation, organisationsseitig. Also ist natürlich, Manuel, du hast das angesprochen, wir werden es auch nochmal hier vertiefen, Thema Lernkultur natürlich dann ein Riesenthema, weil es geht natürlich dann auch darum, wenn ich weiß, ich brauche andere Skills in der Organisation, ich muss meine Leute in eine andere Richtung entwickeln und qualifizieren, auch mit einem gewissen Eigenverantwortungsanteil der einzelnen Personen, höher vielleicht auch als in der Vergangenheit, ist es natürlich auch eine Riesenorganisation, das in Organisationen zu implementieren. Gibt es da auch vielleicht schon Beispiele, wie sowas gelebt wird, wie sowas aussieht oder auch gleich mit Anknüpfung auch an Global Upskill? Also wenn man sich das mal anschaut, dann fängt der Prozess ja schon viel früher an. Also das Thema Lernen oder Weiterbildung kommt dann auch dazu, aber die Eingangsfrage wird ja häufig auch sein, wie verdienen wir eigentlich in Zukunft unser Geld? Und dann kommt die Frage, wie verändert sich zum Beispiel jetzt durch eine neue Technologie unser Geschäftsmodell? Und in diesem Prozess machen wir natürlich oder unterstützen wir auch Unternehmen, indem wir wirklich auch über solche Innovationsthemen, also zum Beispiel Geschäftsmodell-Workshops, auch das Thema Führung und Co. adressieren und dann auch mit den Unternehmen arbeiten, um so frühzeitig auch schon zu schauen, wie verändert sich ein individuelles Geschäftsmodell? Kommt vielleicht ein komplett neues oder gibt es in dem Sinne nur eine Veränderung, Anpassung von Bausteinen und dann kommt irgendwann aber die Frage, wenn die Veränderung dann aufgezeigt wurde, was heißt das jetzt für das Thema Lernen? Und dann ist es so ein Zusammenspiel. Also deswegen ist Global Upskill ein Projekt bei uns. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Business Innovation Engineering Center so als weiteres Projekt. Und da geht es vor allem um das Thema Innovationen, auch im Mittelstand vor allem. Und dieses Zusammenspiel auch aus den beiden Projekten deckt dann die Schiene, die du dann auch so siehst mit Geschäftsmodelle und dann aber irgendwann Richtung Lernen und Kompetenzmanagement. Und da gibt es natürlich auch Überschneidungen. Denn ich denke, man darf auf keinen Fall vergessen, man kann die einzelnen Themen, die wir jetzt gerade hier besprechen, auf keinen Fall mehr isoliert betrachten. Wir haben eine wahnsinnige Veränderung. Wir haben technologische Entwicklungen. Wir haben damit ein Need im Lernzyklus. Wir haben entsprechende Innovationsthemen, die damit einhergehen. Und Lernen und Innovation hängen unmittelbar miteinander zusammen. Und wenn jetzt das Ganze zum Beispiel noch in eine Lernkultur eingebettet ist, dann ist es auch ein riesen Führungsthema. Und natürlich auch ein Thema für die Einzelperson. Das heißt, es sind ganz viele Stakeholder. Ihr versucht die auch so ein bisschen in Personas zu klastern und gucken, wo wirkt sich welcher Trend entsprechend aus? Was kann man da entsprechend tun? Aber in diesem Gesamtzusammenspiel ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, wo geht da so auch die Reise hin in der Zukunft? Ihr habt da ja auch sicherlich schon einiges an Formaten, an Erfahrungen, an neuen Projekten in der Pipeline. Wie seht ihr das? Also auf der einen Seite haben wir verschiedene Formate so ins Leben gerufen, die jetzt im letzten Jahr gestartet sind. Also zum Beispiel sowas wie ein Global Upskill Summit, wo wir dann wirklich mal in Heilbronn, wo ja gerade auch der Bildungscampus so floriert mit dem Thema Lernen, wo wir da auch Akteure aus unterschiedlichen Bereichen von der Weiterbildung mit an Bord holen und gemeinsam so eine Plattform dann auch schaffen, wo einfach ein Austausch stattfindet aus der Lern-Community oder Weiterbildungs-Community. Auf der anderen Seite auch Formate wie so ein Expert-Talk, wo wir mal als Online-Reihe einfach Impulse rausgeben, was dann wieder stark in Richtung Transfer auch geht, einfach mal niederschwellig in einem Talk einfach mal erklärt, wie funktioniert zum Beispiel die Toolbox, wie funktioniert ein Dashboard, was sind aktuelle Konzepte im Bereich Lernkultur, um so einfach mal einen Zugang zu den Themen zu schaffen. Auf der anderen Seite sind unsere Teams oder Teilprojekte in Global Upskill auch sehr interdisziplinär aufgestellt, einerseits was Erfahrungen angeht, aber auch natürlich so Background. Und da gehen wir natürlich dann auch je nach Projekt auch raus und setzen dann auch frühzeitig halt in Projekten mit Unternehmenssachen um. Und sowas soll auch dieses Jahr weiter vertieft werden, da auch so Praxispiloten zu schaffen. Und ich glaube, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, macht das auch nicht vor uns halt. Also heißt auch, solche neuen Technologien einerseits auf dem Schirm haben, aber dann auch schauen in unsere technologischen Lösungen, solche Technologien entsprechend zu integrieren. Natürlich in unterschiedlicher Ebene, je nachdem, wo man es vielleicht stärker einbinden muss. Aber dass wir nicht nur zeigen, wo die Reise hingeht, sondern auch wirklich frühzeitig Teil dieser Reise sind, das auch immer stark einzubeziehen. Also da sind wir dabei. Und das muss aber auch immer weiter so bleiben, dass wir Teil dieser Innovationsbewegung dann auch sind im Lernen. Das heißt, also ihr habt praktisch versucht, direkt auch da den Trend aufzunehmen, euch selbst irgendwie da in diesem Trend mitzuentwickeln. Aber was ich auch verstehe ist, und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, ihr versucht das auch mit den entsprechenden Stakeholdern zusammenzuentwickeln und nicht irgendwie im Elfenbeinturm irgendwie was zu programmieren und zu entwickeln und runterzuschreiben und dann irgendwie rauszugeben und zu sagen, schaut mal, könnt ihr das gebrauchen, sondern ihr seid da eng dran, bindet die Stakeholder früh mit ein und versucht dann entsprechende Sachen rauszubringen, die dann auch echten Nutzen für die entsprechenden Leute bringen. Genau, auch dadurch, dass wir natürlich in unserer Forschung beim Thema der beruflichen Weiterbildung oft von einer relativ generischen Position rangehen müssen, um uns wirklich zu schauen, was sind in den Domänen unabhängige Eigenschaften, die wir in der beruflichen Weiterbildung vorfinden. Aber in Projekten haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, tiefer in die einzelne Branche einzusteigen und den Kunden eben auch zu helfen, seine Bedürfnisse vollzudecken. Ja, das heißt also im Grunde kann erst mal jeder partizipieren von den Tools, die frei auf der Homepage stehen, die frei verfügbar sind, die aus der Forschung nach außen gehen und darüber hinaus gibt es immer Möglichkeiten, auch nochmal tiefer mit euch zusammen an Spezialthemen zu arbeiten. Also wenn ich jetzt gerade das Thema Lernkultur höre oder bestimmte Skills, du hast es ja schon gesagt, Themen richtig, da sind die Organisationen ja ganz unterschiedlich. Da geben vielleicht solche ersten Studien einen groben Orientierungspunkt ab, aber wenn ich mich dann da wirklich auf die nächsten zwei, drei, vier Jahre auf die Reise machen möchte, gerade speziell, dann muss ich vielleicht doch tiefer insgesamt einsteigen und ich glaube, da ist ja auch eine eurer Stärken in der Zusammenarbeit zwischen eben mit Organisationen, mit der Wirtschaft und eben euch. Genau, du hast ja auch schon jetzt die beiden Beispiele gehabt. Einmal das Thema Skills, Tim hat es vorhin gesagt, da geht es um das Thema Domänen spezifisch. Da musst du dann immer schauen, was trifft den Anwendungsfall oder die Branche, aber auch das Thema Lernkultur ist ja sehr unternehmensspezifisch, aber selbst das reicht ja nicht aus, sondern du hast ja in einem Unternehmen auch immer noch so Subkulturen, sei es auf Team, Abteilungsebene, die ja dann je nachdem unterschiedlich ausgeprägt sein können und da geht es halt dann auch darum, einfach die Ansätze, die man hat, mit den Anwendern dann zusammen zu gestalten, weiterzuentwickeln und auch anzupassen. Ja, also ich würde fast vorschlagen, lasst uns nochmal so einen kleinen Summary auch zu machen, so Richtung Ende hinweg. Die großen Boxen vielleicht nochmal ganz schnell und dann auch tatsächlich die Tools, die Plattformen und dann nochmal irgendwie vielleicht, wie man mit euch in Kontakt kommt. Gerne. Also wir versuchen, einen holistischen Weiterbildungsprozess abzubilden, sprich wir versuchen von Trendstechnologien über Zukunftskompetenzen zum passenden Format bis hin zum passenden Zertifikat, den gesamten Weiterbildungsprozess abzubilden. Global Upscale ist kein Weiterbildungsanbieter. Wir sind Drehscheibe, Plattformen für Weiterbildungsanbieter und Organisationen, die Weiterbildung in ihren Unternehmen durchführen wollen. Wir koordinieren Angebot mit Lösungen. Wir versuchen Probleme durch wissenschaftliche Untermauerung aufzuheben. Genau, das ist so unsere Aufgabe. Ja, Tim hat es schon sehr gut umrissen, aber ich glaube, was immer ganz spannend ist, wenn wir dann einfach auch auf unseren Veranstaltungen, sei es jetzt Präsenzveranstaltungen, Workshops, online, einfach auch so Feedback von den Gästen bekommen, die dann wirklich in der Anwendung auch drin sind und vielleicht spezifische Probleme haben. Da kann man immer oft gerne auf uns zukommen und einfach mal auch mit uns die Themen diskutieren und vielleicht auch Feedback geben, wo sie noch irgendwie Bedarfe sehen, die aktuell damit noch nicht adressiert sind, aber auch gemeinsam in den Dialog zu kommen, um einfach zu schauen, wo sind vielleicht Themen, die wir in Zukunft zusammen bespielen müssen, weil wir so diesen wissenschaftlichen Background mit reinbringen, dann aber schon auch sehr stark in die Anwendung gehen mit unterschiedlichen Formaten und dann immer dieses Zusammenspiel einfach hinzubekommen. Also da sind wir offen für Kommunikation, Kontakte, also da kann man uns auf Veranstaltungen und Co. ansprechen. Und sonst würden wir auf unsere Homepage verweisen, globalupscale.de. Dort haben wir eigentlich alles abgebildet, was Informationen vom Projekt angeht und dort sind auch unsere Toolbox einsehbar und klickbar. Ja, also die Seite wird auf jeden Fall verlinkt in den Shownotes. Die entsprechenden generellen Links vielleicht auch zu Studientools und so weiter packen wir da auch rein. Ich würde sagen, an der Stelle schon mal erstmal vielen Dank für die schnellen Einblicke, den Helikopterflug sozusagen über euer großes Programm. Das Programm läuft, vielleicht das noch hinten raus, seit wann seid ihr mit dem Programm am Start und der Ausblick, die Perspektive, wie lange ist es auch noch angelegt? Ich meine, grundsätzlich ist es ein Dauerthema, ja, also das vielleicht würde mich noch interessieren. Also globalupscale läuft jetzt seit letztem Jahr, also seit 2023 und ist jetzt mal für drei Jahre geplant in der Laufzeit. Aber wie du sagst, das ist ein Thema, was dauerhaft läuft und was uns nie müde macht, drin zu arbeiten und weiterzuentwickeln. Ja, also dann sage ich schon mal vielen Dank, Manuel, Tim, für die Einblicke und eure Zeit. Mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich habe jetzt schon mal viel gelernt und ich bin gespannt, was ihr da noch alles so an den Start bringt. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Lukas. Hey, schön, dass ihr reingestaltet habt. Das war der erste Blog-Intro-Folge Fraunhofer IAO meets Arbeitsbildung Zukunft und in der nächsten Folge des Podcasts unserer kleinen Kooperationsreihe geht es um das Thema innovationsfördernde Lernkultur und anschließend nochmal über Technologie und Trends in der Weiterbildung, sowohl was die Inhalte als auch die Formate und die Technologien angeht. Und abschließend werden wir dann auch noch was machen zu dem Thema Entrepreneurship Education. Ihr könnt gespannt sein, was da kommt. Ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast, abonniert den Podcast, sagt es weiter und folgt den Inhalten auch gerne auf Instagram, LinkedIn, TikTok und auf allen Plattformen, auf denen der Podcast verfügbar ist. Es hilft immer, um den Podcast weiterzuentwickeln. Danke euch, macht's gut. Ciao.